You can't take it back, no I've got so much left to say Ah Okay, könnte aber, glaube ich, recht schnell sein, wenn ich damit bis 24 komme, weil ich glaube, sehr viel länger halten die Reifen nicht Und dann könnte ich das echt so machen Nochmal Soft und dann nochmal Mediums Ja, das wäre eine Idee Ja, habe ich gerade gesagt, bis Runde 24, bis Runde 14 Bei knapp 50%, ah je Wie viele Runden haben die runter? 6 bis 11 sind, boah, kackematte ey, 6 Runden jetzt, befahren 48%, ja Wir halten die nur bis Runde 14 wirklich gut, glaube ich Dann switche ich echt auf Soft und Medium Oh, gelb Safety care, safety care, safety care, safety care Da steht einer Safety care, safety care, safety care Der Vettel Safety care, safety care, safety care Du bist Erster oder nicht? Ja, aber trotzdem, das würden wir jetzt die Boxen-Dingens-Entscheidung hier ein bisschen abnehmen. Nein, eigentlich nicht wirklich, weil jetzt ist es eh zu früh. Kein Safety-K, kein Safety-K, kein Safety-K. Nein, jetzt kommt der Safety-K. Oh, Ricardo auf dem Vormarsch. Softs hat der drauf, okay. Ich bin der Einzige mit Hart hier. Wie fühlen die sich an? Es geht, also so schlecht sind die jetzt nicht. Vor allen Dingen, ich kann den Abstand zu Alonso halten. Auf was wird der? Soft. Oh, okay. Ich verliere halt nur ein bisschen, so ein Zehntel oder so immer nur, aber es geht eigentlich. Wann müsste ich dafür an die Box in Runde 16, eher 17? Wie schauen die Reifen aus? Okay, nein. Wieder gelb vor mir. Oh, da ist wieder einer abgeflogen. Ey, was ist denn heute los hier? Gibt's ja echt nicht. Oh, ich bin an einer, am Fahrerfeld hier dran, ne? Alles gut? Ich korrigiere, ich war an einem Fahrerfeld dran. Was war der Ausgang der Geschichte? Ja, ein bisschen verbremst. Na, heilig. Ein bisschen viel. Sprich, Box? Nee, nee. Das nicht. Oh, immerhin. Hätte es das Schlimme sein können. Nur die Chance auf ein Überholmanöver verloren. Ja. Vorzeit, das kommt schon noch. Theoretisch müsste ich jetzt einfach weiter durchfahren. Die anderen müssen ja auch alle nochmal tausendmal in die Box. Äh, ja. Und wenn Riccardo jetzt auf Soft ist, der müsste dann eigentlich auf harte Reifen wechseln, um bis zum Ende durchzukommen. Wenn man das nicht macht, muss er auch noch zweimal jetzt in die Box. Und dann könnte ich mir auch noch zwei Stops leisten. Oh, ist das gerade ein Zwiespalt. Mir bleibt eh nichts anderes übrig. Meine Reifen sind, glaube ich, echt auf 64%. Ich habe 26. Ich sollte diese Runde. Box und Stop. Die Harten, die sind so was von hart einfach. Gibt es eigentlich Ultra-Hart? Nee, ne? Nee, nee, das noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal noch für Mediums, glaube ich, rein. Nee, für Softs. Oh nein, okay, ich bin rasend in der Pitlane. Fick dich, ey. Jetzt ehrlich? Ja, ich habe die ganze Zeit auch drauf geachtet, welche Reifen ich jetzt nehme. Und ich habe jetzt irgendwas ausgewählt. Wahrscheinlich bin ich schon wieder auf den Weg, das übergegangen oder sowas. Ja, wahrscheinlich Intermediates, ey. So, was haben die da jetzt bereit für mich? Alter, ein Glück. Ich habe echt Intermediates ausgewählt. Und da waren auch die Grünen, aber sie haben jetzt harte aufgezogen. Wieder waren die Grünen. Ja, waren die Grünen, die haben sie dann aber stehen lassen. Die sind in der Luft dann gebackt. Also, ich habe echt Intermediates ausgewählt. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen, ne? Ich gehe hier raus, P12. Boah, hätte ich gelacht, ne? Alter, P12, ich bin schrien jetzt. Boah, P12, ich bin schrien jetzt. Boah, ich habe ja eh einen Drive-Thru-Penalty. Ah, Herrgott. Ja, dann, äh, ich will jetzt kämpfen, ich weiß nicht. Ich bin eh nicht so viel. Sag mal deinen Spruch wieder. Welchen? Ein Hoch auf die Telekom, oder weiß ich, was das war. Oh, nee. Kabel Deutschland. Kabel Deutschland. Ja, danke, Merkel. Der Internet ist... Oh, 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 Alter. Ich habe noch nie in über 400 von 1 Spielstritten ein Auto so sehr gerettet wie jetzt gerade. Okay. Dann muss ich nochmal eins gucken. Ich fange für einen Millimeter rechts an der Wand und dann ab ins Kiesbett. Ich habe jetzt wahrscheinlich null Grip auf den Reifen. Das war jetzt mega lucky. Ach, du Scheiße. Weißt du, was der Jeff mir sagt? Der Fahrer hinter mir stellt keine Gefahr, da ich, er hat eine Durchfahrtsstrafe kassiert. Alter, wie die hier beide nebeneinander fahren. Seite B. Die fahren nebeneinander. Loll. Hast du das gesehen? Ja. Ich habe gedacht, die hauen sich beide weg. Okay. Immer vorsichtig mit 28 in die Box. Guck mal, du überholst sogar noch welche. Oh, ja, stimmt. Weil du musst ja alle bitten. Ich fahre die nur mit sich durch. Hallo. Hallo. Aktuelle behalten. Hä? Okay. Warum wollte der jetzt... Ich hol dir einmal ein Auto ein. Warum wollte der meine Harten jetzt wechseln? Die haben 40%. Und der wollte jetzt in der Runde in die Box und auf Mediums wechseln. Dein Logo. Hä, meine Mediums sind voll gut. Äh, meine Harten gerade. Ist gar keine schlechte Idee gewesen, ey. Der Jeff hat manchmal doch Grips, ey. Aber da will er es nochmal ändern, Alter. Das ist so dumm. Boah, ich bin hinter diesem Männer, ne. Die ganze Zeit schon. Ne, jetzt hole ich mir den. Wichser. Da. Fahrer vor mir. Magst du mir noch was erzählen? Ah ja, danke. 7.7. Ich sehe aber 4,3. Kabel-Deutschland. Ne, stimmt. Ja, ohne Kack. Ich glaube, ich geh mich da mal wieder beschweren. Also schön, wenn bei den Anrufs nicht später... Alter, Alter, was... Das musst du dir mal reinziehen bei mir in der Aufnahme, wie sich das anhört, ne. Ich will es nur nicht mehr reinziehen. Das ist so ekelhaft. So, 7. Oh, fuck. Der Grosjean ist auf hart. Der fährt durch. Magst du? Ja, locker. Jetzt Runde 16. Runde 16, locker. Ich bin Runde 8 auf hart gegangen. Und ich fahre bis 22. Echt, halten so lang. Ja, ich bin jetzt bei 45 Grad mal. Oh, dann habe ich aber echt Probleme, weil dann werden meine Harten kurz vor Ende richtig am Arsch sein. Ich fahre bei Seiten, wenn die das so rutschend wäre. Ich versuche echt bis 22 die zu fahren, damit ich mit meinen Zoffen noch mal richtig hart pushen kann. Ja. Ja. Ich versuche die so lange halten. Hm. Ja, klar. Sollten sie. Sonst muss ich halt auf Mediums wechseln. Na, warten wir mal ab, wie es läuft. Ich hänge jetzt eh auf P18, ey, was ist das denn? Das hat die ganze Zeit vorhin angeführt hier das Feld und jetzt so P18, so mhm. So, die erste Folge hat wahrscheinlich noch auf P1 aufgehört und jetzt auf einmal hier hinten. Ja, sag mal Kanada. Das Beste kommt zum Schluss. Das steht leider links. Scheiße, war das geil. Grosjean ist jetzt Vierter, ich bin Fünfter. Alles klar. Verkehrte Welten, ey. Aber vollgas. Wie dieses Chaosrennen in Italien damals, wo der Vettel seinen ersten Sieg geholt hat. Das wird unangenehm. Und zieh. Boah, ne kleine Berührung, aber passt. Alles im Grün. Stimmt, ich hatte ja hier vorne den Fastunfall schon wieder fast vergessen. Ich hab gewundert, wie du so weit vor mir wieder sein kannst. A no drive-thru penalty. Okay, boah, die auch ewig. Okay, es wird vielleicht doch knapp mit Runde 22. Ich hoffe, ich hab noch frische Mediums. Ja doch, hab ich ja. Ich hab die eine abgegeben. Ungenutzt. Oh, da ist noch einer. Na, den hol ich mir noch. Dritter. Mag keiner mal hier an die Box kommen, zufälligerweise? Machen sie doch alle so gern dieses Rennen. Ja, der Rosberg war grad nochmal an der Box. Ja, ich wär dafür, dass das ganze Feld vor mir an die Box geht. Also ich glaub, ich muss jetzt diese Runde an die Box, glaub ich. Und nicht Schuhe, aber wahrscheinlich. Wie lang halten Mediums? Oh, da fragst du mich was. Äh, wenn du so richtig pflegst, wahrscheinlich zehn Runden schon. Also sollte es durchkommen ab jetzt. Riskiere ich's oder riskiere ich's nicht? Kann's ruhig. In mein Bot, das ist vor zwei Runden auch auf Mediums reingekommen. Also jetzt für Mediums. Und ich bezweifle, dass der nochmal stoppen wird. Ja, ich könnte auch noch eine Runde auf den Harten riskieren, das meine ich. Doch, nee. Äh, paar an die Box, das schaffst du. Ich hab ja meine... Oh, warte mal. Wir sind's gerade sehr langsam. Oh, Alter, Alter, ich seh den Crash gleich incoming. Zu spät! Rauchst du schnell? Ja? Okay. Oh Gott, Fernando, mach jetzt keinen Scheiß, ne? Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Also du warst zu schnell jetzt in die Box, ne? Ja, viel zu schnell. Okay. Welche Reifen bist du jetzt? Mediums. Ja, immerhin. Scheiß, ich muss vor dem Feld raus. Ach, du bist schon draußen, auch gut. Na, dann guten Tag. Hoppala. Das war jetzt uncool. Ach, das war mal ein Flügel. Echt, oder? Ja? Nein. Warum sollte ich dich anlügen? Du hast die hinter dir im Blick, ne? Sag mal, wenn die alle in die Box gehen hinter dir. Äh, ja. Haben die hart oder nicht? Ja, die fahren alle hart. Scheiße. Dann dürfte halt nix mehr werden, dass sie nochmal in die Box gehen. Wir sind aber auch schon sehr lange draußen. Ich glaube, etwa so lange wie ich. Und ich muss da auch nochmal. Ach, du musst auch nochmal. Naja, ich muss ziemlich safe nochmal, möchte ich behaupten. Sind's bei 29%, das wird sehr knapp, glaube ich. Hm, sieben rum. Ja, ich muss es spontan machen. Ich nutze noch das freie Feld. Hm. Gut so. Na, bin ich dir ja glatt mal gefolgt. Also ein Auto hinter uns war jetzt an der Box. Hm, hab ich gesehen. Wird. Ach, Kacke. Was heißt denn da, wenn da eins steht? Über der Strafe. Habe ich dann noch eine Runde oder habe ich keine Runde mehr? Hast du noch eine Runde, glaube ich. Bei mir stand vorne zwei. Ich hoffe einfach, die gehen dann, wenn ich auch gehe, ey. Hinter uns. Ja, ist echt nice. Wann gehst du denn in die Box? Ich weiß es halt echt nicht, weil... Ich meine, wir haben jetzt noch sechs Runden gleich. Ich bin bei 35%. Aber du willst auf Soft, ne? Ja, wenn dann auf Soft nochmal, ja. Aber das andere wird grad gar keinen Sinn machen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt zwei. Ah, ich weiß es echt nicht. Das wird so knapp zum Ende. Allerdings jetzt ein Boxenstopp wird auch so viel Zeit mehr kosten. Ich muss die antreten jetzt. Hat er gesagt. Ja, mach mal. Ich hoffe mal, dass sie nochmal müssen, ey. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie jetzt durchfahren. Weil wenn deren Reifen besser aussieht als meine, und das wären sie wahrscheinlich, dann ist das schon möglich. Warte mal, sind die nicht vor mir alle gewesen auf einmal? Ah, du, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin jetzt 19er, rip. Fuck. 38%. Ne, komm, ich bringe den Reifen jetzt durch. Wie viel hast du? Äh, 39. Auf. Bitte? Was für Reifentypen? Äh, harten. Ah, sollst du das? Ja, easy. Das ist schon klappen, eigentlich. Aber du sagst, die hinter dir, die waren früh auf Fahrt? Die waren etwa bei mir rum auch Boxenstopp. Ja, dann werden die nicht mehr fahren. Scheiße. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich extrem verbremst. Habe ich mir das alles kaputt gemacht, dann? Ja, das ist doch mal sechs Sekunden. Fünf Sekunden schon. Scheiße, jetzt ist der Hürgenberg wieder dran. Fünf Runden, kommt er mit dem Benzin noch aus. Na, jetzt ist es auf 42, ne? Einmal so ein Riesenfehler gebaut. Alter, 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 es wird knapp. 42, also pro Runde habe ich 10% abgebaut im Nachhinein. Ah, das fährt zu viel. Also ich habe gerade 42 gesagt, ne? Ja. Dann achte ich da gleich mal drauf. Weil Ben ist jetzt die Zeit für einen Stopp. Aber ich kann ihn mir jetzt nicht leisten, ey. Ganze fällt hinter mir. Noch werde ich in den Punkten. Kacke. Oder ich spiele jetzt einfach den achten Platz hier safe. Und... Ah, ich will mehr. Kacke. 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 Erster, ja. Da fährt das Ding wahrscheinlich heim. Kacke. 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 Fahrer vor mir. Alter, nein. Oh, mein Motor. Was? Ja, nicht mehr volle Leistung. Warum das denn bitte, ey? Der läuft auf 92 Grad. Muss ich verarschen. Der fängt langsam mal an, CPU oder GPU zu brennen. Aber noch kein Scheiß für... Oh, das ist gelb. Ja, da gab es einen Unfall. War jetzt ein Safety Car, ne? Boah. Oh, Fahrköten, wer kommt? Der fährt einfach übers Grün in die Box. Alter. Boah. Mökenberg ist so viel schneller. Fuck. So, ich bin jetzt anderthalb Runden sechs Prozent abgebaut. Komm, Baby. Schingen wir hin. Also im Nachhinein bauen sie mehr ab, ne? Das meinte ich halt, ne? Ja, ich weiß. Ja, ja. Das sind jetzt noch 3, 3,5 Runden noch. Bei wie viel Prozent bist du? 48. Wir machen von 52 aus, dann haben wir noch... Rechne mit 8 Prozent. Gut, 3 mal 8. Dann noch bei 24. 52, 52 und 24, das wird arschknapp. Ich würde es aber probieren. Ja, das ist auch der einzige Weg. Weil entweder ich fahr jetzt in die Box, komme ich in die Punkte. Oder mein Reifen platzt in der letzten Runde, wenn ich komme nicht in die Punkte. Und soll ich zumindest die Chance? Aber das fahr jetzt gerade ein Entweder-Oder. Das ist beides scheiße. Ja, aber bei der zweiten Möglichkeit habe ich zumindest noch die Chance, dass die Reifen auch halten. Ja. Weil jetzt in die Box, das kann ich echt nicht mehr bringen. Bei so wenig zu fahren. 7,5 Sekunden nach vorne. Die sollen noch mal in die Box? Warum gehen die nicht in die Box? Nein, ich glaube, jetzt kommen die nicht mehr. Mann, ich habe es mir so verspielt. Ich hole es so auf auf euch, ne? Naja, glaube ich. Weil ich bin schon total langsam gerade. Die da hinten sind aber nicht wirklich schneller. Alter, wird das knapp. Meinst du, kriegst du den einen da vor dir noch? Den zwei. Achso, okay. Der Vettel ist jetzt auf einmal hinter mir. Ich weiß auch nicht, woher der herkam. Ach, gut. Oh, fuck. Ist hier ein Hülkenberg schon im Spiegel. Hat jetzt der SC das mal links vorbei. Jetzt hat der Vettel mich überholt. Fuck es. Fuck it, fuck it, fuck it. So. Mal den wieder hinter uns. 56 Prozent, zwei Runden zu fahren. Das sollte doch funktionieren, ja. Der ist mit 10 Prozent, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Könnte es klappen. Du, ich will nicht wissen. Jeff meint auch, dass es mich interessiert, wie weit ich vom ersten Weg bin. Nicht wirklich. Alter. Boah, ich sehe gerade mal, das könnte jetzt noch mal knapp bei mir werden. Ich habe 52 Prozent. Oha. Aha. Welchen Reifen bist du jetzt? Mediums? Ja. Okay. Ist ja krass, wie schnell die abfahren. Mein DLS ist kaputt. Ach ne. Äh? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum das weggegangen ist. So, das hat ihn noch nie. So, 16. Werde ich jetzt noch. 16? Alter, du bist so knapp eigentlich hinter mir. Aber trotzdem einfach acht Positionen. Das ist ja heftig. Oh nein, jetzt kommt Hülkenberg wieder. Ist dein Motor immer noch in der Leistung eingeschränkt? Ja. Das, ah ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Hülkenberg hier so einfaches Spiel hat. Okay, das war jetzt nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Alter, wie viel schneller die sind. Warum geht mein DLS nicht, Alter? Das erste Überholmanöver, das war echt, aber... Das ist schon wieder die Berührung danach. Es ist immer dasselbe mit der KI. Gibst du den Einbein mit, die wollen hier sofort eine Bugpfeife zurückgeben. Ich kenne dir keine Gnade. Du musst vor den Kurven bremsen. Wir wollen keine Strafe aufgebrannt bekommen. So, wie sieht es bei dir aus? Oh, DLS funktioniert wieder. Oh, praktisch genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe den Vettel hinter mir gerade. Alter, ich sehe nur die Minikarte gerade, ne? Und, wie viel hast du bekommen? Ja, 16er momentan. Achso. Ich dachte, dass jemand überholt hat. Ja, habe ich auch. Achso. Zwei Stück. Boah, der Vettel hat einen Abflug gemacht. Wie sonst was? Alter. Der ist komplett im Arsch. Der Vettel... Der hat alles gedreht. Ach, du Scheiße. Der ist gegen die Boxmauer gefahren. Das ist nice. Ja, jetzt ist mein Motor auch im Arsch. 66% hatte der jetzt letztendlich. Ja, bei mir hat er auch 66%. Ah, schön. Achter Platz. Bedeutet... Wie viele? Eins, zwei, vier Punkte. Glaub ich. Immerhin. Ne, Alon, so will ich nicht zuschauen. Lieber hier. Ne, ich gehe wieder leer aus. Durch die eine Strafe, Scheiße. Ach Gott. Und den Fehler. Was ein total merkwürdiges Rennen einfach mal. Oh ja. Mega komisch. Aber schau mal, so viele da vorne mit 3 Stop. Ich glaube, der wäre echt schneller gewesen am Ende. Ich hatte auch 3 Stop. Soft, Medium, Soft, Medium. Ey. Ach, Herrgott. Ja, gut. Schön, hätte man es auch geschafft. Oh. Ach nee, kommt jetzt Wienland schon oder jetzt Deutschland? Weiß ich nicht. Ich mache auf jeden Fall Schluss. Ich muss jetzt schnappen. Na, ich muss ja morgens die Arbeit schreiben. Ja, genau. Also, macht's gut, ne? Ciao, ciao. Jawoll. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.